Für mehr Lebensqualität, Willenkase, euren Vermarkt und Wohnungen, mein Name ist Markus Gerger. Das ist die Gelegenheit im Berner Oberland. Der Kindergarten und einen Mehrzweckraum in der Gemeinde wird aufgelöst. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr übernimmt den Kindergarten oder den Mehrzweckraum so, wie er ist und baut den Raum nach eurem Eröffnis um. Die zweite Möglichkeit, die könnt ihr natürlich auch das Konzept einer Vierhalbzimmerwohnung schlüsselfertig übernehmen. Die Lage ist Erholung pur und das Bergpanorama ist ein echtes Stück Heimat. Ihr habt Fragen oder wünscht eine Besichtigung? Für eure Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.